Hallo und willkommen zu einem neuen Age of Empires 2 Video. Jetzt ist es endlich soweit. Ihr habt oft danach gefragt und jetzt mache ich ein Tutorial zu den Völkern. Nach vielen Monaten her habe ich jetzt ein Konzept gefunden, das funktionieren sollte. Ich hatte eigentlich schon länger geplant, das mal anzugehen, aber irgendwie hat mir das nie so gefallen, wie ich das angefangen hatte. Also ich habe jede Menge angefangene Videos bei mir nach oben fliegen, die mir aber alle nicht so wirklich gefallen. Und jetzt habe ich halt, denke ich, einen Ansatz gefunden, der ganz lehrreich sein sollte. Beziehungsweise ihr könnt mir natürlich sagen, was ihr davon haltet und dann kann ich das natürlich auch noch verbessern. Ich gehe dabei nach dem folgenden Schema vor. Also zuerst werde ich die Boni des jeweiligen Volkes vorstellen und dann werfe ich einen Blick auf den Technologiebaum. Anschließend diskutiere ich die Stärke des Volkes in den verschiedenen Stadien des Spiels und stelle mögliche Late-Game-Armee-Kompositionen vor. Denn das war auch eine viel gestellte Frage. Also viel wurde halt gefragt, wie soll man im Late-Game die Armee zusammenstellen, beziehungsweise generell Armeen zusammenstellen. Und ich denke, wenn ich das einfach mit jedem Volk einzeln mache, dann ist es am besten, dann haben wir das zur Vollständigkeit einfach alles abgehakt im Prinzip. Also ich mache dann zu jedem Volk, das ich vorstelle, am Ende auch einen Teil zu Armeen nehmen. Den Anfang machen heute die Byzantiner. Denn wenn ich gefragt werde, welches Volk für Anfänger gut sein soll, dann empfehle ich in der Regel dieses Volk. Die Byzantiner haben einen sehr kompletten Technologiebaum, da haben eigentlich fast alle Technologien. Da werden eigentlich wenige Wünsche bleiben da offen. Und die können an sich gegen jede Einheit im Spiel einen Konter machen. Dadurch kann man eben auf alles reagieren, kann man alles mal ein bisschen ausprobieren. Und ist halt nicht so limitiert. Sie sind jetzt, das macht sie nicht zum besten Volk im Spiel, bei weitem nicht. Aber sie können eben von allem so ein bisschen was. Und das macht sie halt sehr, sehr vielseitig. Und deshalb würde ich sie eben als Anfängervolk immer empfehlen. Auch weil sie gerade so typische Strategien wie den Scout Rush zum Beispiel oder den Archer Rush, da sind sie halt nur durchschnittlich. Also sie haben keine Boni, denen dabei helfen würden. Und deshalb kann man das eigentlich auch ganz gut damit üben, würde ich behaupten. Und ja, ich finde halt, das ist ein gutes Volk, um bei Age of Empires 2 zumindest mal reinzukommen. Also man soll natürlich nicht nur die Byzantiner spielen, aber ich würde es zumindest, wenn man wirklich gerade nur ein Anfänger ist und das Spiel erstmal kennenlernen will, dann finde ich, ist es ein gutes Volk. Also werfen wir mal einen Blick auf die Besonderheiten der Byzantiner. So, da haben wir die Boni der Byzantiner. Und wie ihr seht, sind sie als defensives Volk klassifiziert. Und das spiegelt sich auch in den ersten hier zu sehenden Boni wieder. Und zwar bekommen die Gebäude mehr Lebenspunkte. Das Ganze steigert sich über die Zeiten, ist aber nicht so, dass jetzt zum Beispiel in der Feudatzeit insgesamt dann plus 30 wäre, also dass sich aus der dunklen Zeit irgendwie noch hinzufügt. Das ist halt so, dass man in der Imperialzeit dann 40% widerstandsfähigere Gebäude hat, beziehungsweise mit mehr Lebenspunkten. Also es ist nicht so, dass sich das Ganze über die Zeit addiert. Wäre natürlich auch noch ziemlich overpowered, wenn das so wäre. Beziehungsweise es wäre ziemlich stark. Was man dabei beachten muss ist, oder was das Gute daran ist, ist, dass zwar die Gebäude alle mehr Lebenspunkte haben, aber nicht länger zum Bauen brauchen. Also ein Dorfzentrum zum Beispiel von den Byzantinern hat dann über 3000 Lebenspunkte, wenn man es baut. Und die anderen hätten halt weniger als 3000. Aber trotzdem braucht es halt genauso lange, wie die anderen Dorfzentren, um gebaut zu werden. Also da hat man dann keinen Nachteil. Und trotzdem haben die Gebäude mehr Lebenspunkte. Also das ist ein sehr, sehr guter Bonus, der halt defensiv viel bringt, gerade mit den Burgen. Denn wenn man die Burgen voll aufrüstet, dann haben die über 8000 Lebenspunkte und sind damit die widerstandsfähigsten Burgen im Spiel. Also die Byzantiner verdienen sich da auf jeden Fall ihr defensives Volk oder wie sind die Klassifizierung als defensives Volk. Dazu kommt noch, dass die Kamelreiter, Plänkler und die Pekinieren, beziehungsweise die Sperrträger-Linie, die Plänkler-Linie und die Kamelreiter-Linie, alle Einheiten, die dazugehören, die kosten 25% weniger. Das alles Konter-Einheiten und das zementiert so ein bisschen das, was ich meine, dass die Byzantiner eben auf alles eine Antwort haben. Und das macht das Ganze eben noch günstiger. Es funktioniert fast schon wie ein Wirtschaftsbonus, denn man spart damit ja Ressourcen über die Zeit. Und ja, das gleicht so ein bisschen den Fakt aus, dass die an sich keinen richtigen Bonus haben, was die Wirtschaft angeht. Aber dazu kommen wir dann später noch. Und ja, wie ihr seht, diese Kosten sind, also 15% ist schon einiges eigentlich. Und gerade wenn man im Late-Game sehr, sehr viele Hilabadiere spammt, das kommt eigentlich immer vor, oder auch Plänkler, dann spart man sehr, sehr viel und kann eben in diesen Trash-Wars, also wo man Einheiten spammt, die kein Gold kosten, kann man den Gegner ganz schön ausproduzieren, beziehungsweise ihn auf der ökonomischen Seite besiegen. Das ist ein sehr, sehr guter Bonus, wie ich finde. Jetzt kommen wir zu den Freuer-Trier-Ringen, die plus 20% Angriffsstärke haben. Das ist hier ein bisschen falsch dargestellt. Das ist eigentlich Angriffsgeschwindigkeit. Das wurde hier falsch übersetzt oder so. Ich musste jetzt hier übrigens auch ein Screenshot von Google benutzen, denn wenn ich bei mir im Spiel gehe oder das Spiel auf Deutsch stelle, dann ist diese Boni an der linken Seite irgendwie auf Englisch. Aber ich wollte das hier immer auf Deutsch machen. Ja, wie gesagt, also eigentlich die Feuer-Trier-Ringen greifen 20% schneller an. Das ist nicht 20% Angriffsstärke, aber 20% schneller angreifen ist eigentlich besser als 20% erhöhte Angriffsstärke. Und die Feuer-Trier-Ringen der Byzantiner sind dadurch die besten im Spiel. Und sie haben einen sehr breiten Technologiebaum, das werden wir dann auch später sehen, und können natürlich oft auf die schnelle Feuer-Trier-Ringen aufrüsten und dadurch haben sie eine sehr, sehr gute Einheit. Gerade in der neuen Balance, die bei African Kingdoms dazugekommen ist, sind die Feuer-Trier-Ringen und Feuerschiffe sehr viel stärker geworden und sind daher bei den Byzantinern ja die erste Wahl auf dem Wasser sozusagen. Dadurch sind sie auf dem Wasser sehr viel stärker, als sie mal waren. So, der letzte Bonus, den wir hier haben, ist, beziehungsweise, nein, da kommen noch zwei natürlich, also das Voranschreiten in die Imperialzeit kostet minus 33%, was auch unterschätzt ist, würde ich sagen, denn dadurch kann man doch einiges sparen. Das sind einiges an Gold und Nahrung, wenn man mal drüber nachdenkt. Und wenn man einen Boom spielt, dann kann man auch mit vier Dorfzentren relativ früh schon in die Imperialzeit, außerdem kann man mit den Byzantinern ein Fast Imperial spielen, wenn man lustig ist. Das geht natürlich mit den Türken besser, habe ich mir in einem Video vorgestellt. Aber dieser Bonus, der hilft einem eigentlich immer. Es ist wirklich eine gute Sache, wie ich finde. Das Letzte, was ein bisschen, das ist, was ein bisschen unterschätzt ist eigentlich, dass ihr die Stadtwache umsonst bekommt. Denn die Stadtwache ist, denke ich, eine der Technologien, die am seltensten überhaupt gemacht werden. Ich vergesse es ja auch ständig. Und bei den Byzantinern hat man dann natürlich eben den Vorteil, dass man gegnerische Angriffe früher sieht, beziehungsweise, dass man auch gegnerische Türme, die eventuell versteckt aufgebaut werden, in der Nähe der eigenen Holzfäller oder sonst was, was halt öfter mal passiert. Die sieht man halt schneller, man kann schneller reagieren. Und man findet auch alle möglichen Sachen, wenn man mal ein Gebäude baut, und deckt das auch ein bisschen von der Karte auf. Also es ist ein netter Nebenbonus, der eigentlich, gerade wenn man sich defensiv verhält, was bei den Byzantinern natürlich eine Option ist, einem durchaus hilft. Die Spezialeinheit ist der gepanzerte Reiter, beziehungsweise in der englischen Version heißt er Cataphract. Und dazu gibt es eigentlich auch ein deutsches Wort, oder Cataphract, was eben eine Militäreinheit der Byzantiner auch historisch gesehen war. Ich verstehe nicht genau, warum sie das als gepanzerte Reiter übersetzt haben, ehrlich gesagt. Aber da das halt hier so genannt wird, benenne ich das jetzt auch mal so. Was genau diese Einheit drauf hat, dazu kommen wir dann später, wenn ich mir die Einheiten mal angucke, denn das ist auch einer der Gründe, warum ich die Byzantiner als Anfänger-Volk im Prinzip empfehle, weil wenn Anfänger gegen Anfänger spielen, dann ist ein einheitlicher gepanzerte Reiter eigentlich ideal, denn die wenigsten wissen, wie man das ordentlich kontert. Wenn ihr dieses Video zu Ende guckt, werdet ihr natürlich wissen, wie man es ordentlich kontert, aber bis dahin, also ihr könnt gegen Anfänger mit gepanzerten Reitern erstaunlich gute Ergebnisse erzielen, weil es eben in der Regel nicht so ganz bekannt ist, wie man dagegen vorgehen sollte. So, jetzt schauen wir uns noch die beiden Spezialtechnologien hier an. Da haben wir einmal das griechische Feuer, das ist mit den Erweiterungen dazugekommen, das erhöht die Reichweite der Feuerträgerung um 1, ist nicht unbedingt so der Knaller, muss ich sagen, es wäre besser gewesen, wenn die vielleicht plus 2 oder 3, so das halt ein bisschen mehr, diese plus 1, das reicht eigentlich nicht so viel, muss man sagen, würde ich also eigentlich nie entwickeln, außer man hat jetzt wirklich auf dem Wasser noch eine riesen Schlacht und hat sehr, sehr viel Feuerträgerung, kann man es vielleicht mal machen. Es ist auch nicht besonders teuer, kann man mal machen. Das ist die andere Technologie, die natürlich vom Anfang an im Spiel war, die heißt Logistik und die macht den Trampelschaden der gepanzerten Reiter, die so sehr niederreiten heißt es hier. Was das genau bedeutet dazu, werde ich dann kommen, wenn ich die gepanzerten Reiter behandle, aber so viel Logistik ist eine sehr, sehr gute Technologie, aber sie ist arschteuer, es ist eine der teuersten Spezialtechnologien überhaupt und ist aber sehr, sehr nützlich. Also wir kommen dann gleich dazu und als letztes natürlich noch der Teambonus, dass Mönche 50% schneller heilen, ist einer der lustlosesten Sachen im ganzen Spiel, das heilen der Mönche ist ein Feature, das man nicht unbedingt braucht, ehrlich gesagt. Es ist ganz nett, aber es bringt einem nicht wirklich viel und es ist vernachlässigbar. Also dieser Teambonus ist nun wirklich nicht der Knaller, aber die Byzantiner haben sehr, sehr viele gute Boni, wie ihr jetzt schon gesehen habt und es ist nicht unbedingt notwendig, dass sie auch noch einen krassen Teambonus haben. So, jetzt schauen wir uns mal den Technologiebaum der Byzantiner an und das ist meiner Meinung nach ihre größte Stärke. Es ist eigentlich einfacher zu sagen, welche Technologien sie nicht haben, denn eigentlich haben sie so ziemlich alle Technologien. Wenn man die mal durchsieht, diese roten Kreuze, die markieren, welche Technologien man nicht machen kann mit diesem Volk, sind sehr, sehr rar gesät und ja, es sind die einzigen, die man nicht hat, ist das pathische Manöver, die Zuchtauswahl, die Kräutermedizin, die Pioniere, der Schwereskopion, der Belagungsunerger, der Schmelzofen, Architektur, beziehungsweise auch Mauerhandwerk, Belagungsingenieure, glühendes Geschoss, Baukram, das war es auch schon. Alles andere steht den Byzantinern zur Verfügung und macht es zu einem sehr, sehr vielseitigen Volk. Einige dieser Technologien sind vollkommen vernachlässigbar, andere sind ein bisschen wichtiger, aber dazu kommen wir jetzt gleich im Detail. Das erste, was ich mir immer gerne angucken würde, wäre die Schmiede, denn die Schmiede, dazu muss man immer wieder zurückkommen, wenn man bewerten will, wie gut die Byzantiner in den jeweiligen Bereichen des Spiels sind. Wie ich eben schon erwähnt habe, fehlt da nur der Schmelzofen, was leider ein wenig wehtut, das sind ganze zwei Angriffe, die jede Nahkampfeinheit im Spiel im Prinzip vermisst am Ende, im Gegensatz zu Völkern, die das eben haben. Das tut auch den Spezialeinheiten der Byzantiner weh, aber die gepanzerten Ritter sind auch generell einfach eine starke Einheit und die können auf dieses plus zwei Angriff im Prinzip verzichten. Ansonsten haben die Byzantiner wirklich alle Technologien in der Schmiede und können da auf alles zurückgreifen. Wenn man das im Hinterkopf behält, schauen wir uns jetzt mal jede Art von Einheiten separat an. Also fangen wir mal mit der Schießanlage an, da haben sie alle Einheiten, da fehlt einem nichts, man hat die leichten Kanoniere am Ende, was besonders mir gefällt, denn ich stehe sehr auf diese Schießpuffereinheiten im Late Game, das macht sehr viel Spaß mit denen und das partische Manöver fehlt, das tut im Prinzip nur den schweren Berittenden-Bogenschützen weh und die würde man als Byzantiner sowieso nicht machen. Es gibt wenige Völker, mit denen es sich lohnt, Berittenden-Bogenschützen zu machen und die Byzantiner haben andere Alternativen und da muss man nicht drauf setzen, daher ist das partische Manöver da auch zu vernachlässigen. Man hat den Daumenringen, dadurch sind alle Bogenschützen stark an sich, man hat alle Reichweiten-Upgrades, man hat Ballistik, man hat Chemie, also die Bogenschützen sind voll aufrüstbar und sind halt überdurchschnittlich, da sie dadurch eben auf alle Einheiten in der Schießanlage setzen können. Man kann also einen super Rush mit den Bogenschützen spielen, da hat man im Prinzip keine Einschränkungen, man hat aber auch keine Boni, die ihnen jetzt speziell helfen würden, aber es ist einfach verfügbar. Also man kann in der Schießanlage wirklich alles machen, was man will, man sollte auf die Berittenden-Bogenschützen nicht unbedingt setzen, da kommen wir auch gleich nochmal zu, denn es gibt noch eine andere Technologie, die den Berittenden-Bogenschützen hier ein bisschen schlechter macht. So, dann schauen wir mal auf die Kaserne, hier fehlt natürlich der Allerkrieger, denn wir haben hier keine mesoamerikanische Zivilisation, ansonsten halt noch, wie gesagt, der Schmelzofen, was sowohl den Elite-Kämpfern als auch den Hillibardieren minus zwei Angriff, also verglichen zu anderen eben einbringt. Dadurch ist der Elite-Kämpfer ja, nicht unbedingt gut, kann man machen, sollte man aber nicht drauf setzen, da er eben diese zwei Angriffe vermissen lässt. Hillibardier ist eine andere Geschichte, denn der Hillibardier kostet natürlich 25% weniger für die Byzantiner und dadurch lohnt es sich immer, Hillibardiere in die Amir reinzumixen und außerdem ist Hillibardiere generell eigentlich in jeder Schlacht eine gute Idee. Dadurch ist es halt nicht so schlimm, dass sie minus zwei Angriff haben, im Prinzip im Vergleich zu anderen Einheiten, da sie alle anderen Technologien haben und eben günstiger sind. Dadurch ist die Kaserne bei den Byzantinern auch wirklich nicht schlecht und bis man eben in der Imperialzeit ist, hat man diesen Minuspunkt, das fehlende Schmelzofen, eben sowieso nicht. Also in der Ritterzeit zum Beispiel sind die Bikiniere dann auch sehr, sehr gut, weil sie ja auch weniger kosten und man alle Technologien zu diesem Zeitpunkt schon verfügbar hat. Man kann natürlich mit ihnen einen Rush spielen, man kann auch einen Rush mit den Treadkämpfern machen, da gibt es, ja, da bin ich kein großer Fan von, deswegen habe ich da noch kein Tutorial zu gemacht, aber auch in der Kaserne lassen sie eigentlich nicht viel vermissen und haben da sehr, sehr viele Einheiten zur Verfügung. Dann im Stall, da kommen wir jetzt dazu, was ich mit den dritten Bogenschützen meinte, fehlt ihnen die Zuchtauswahl und jedes Volk, das die Zuchtauswahl nicht hat, ist automatisch ein bisschen schwächer im Stall, denn das sind 20 Lebenspunkte, die dann fehlen im Vergleich zu anderen und ja, dadurch sind alle diese Einheiten weniger widerstandsfähig und das trifft natürlich auch auf die britischen Bogenschützen zu. Deshalb würde ich von denen abraten, aber man hat eben noch sehr, sehr viele andere Einheiten hier verfügbar, also wir können den Rush entwickeln, hat auch 20 Lebenspunkte weniger, aber ist auch nicht schlimm, der ist leider von diesem minus 25% Kosten nicht betroffen, kostet also den vollen Preis im Prinzip, aber man kann ihn halt machen, ihm fehlen 20 Lebenspunkte, meine ich, und außerdem fehlen ihm natürlich die zwei Angriffe von dem Schmelzofen, aber ansonsten ist der Hussein eine gute Einheit, man kann den Paladin auch machen, ist okay, kann man draufsetzen, hat aber auch die gleichen Minuspunkte im Prinzip, das gleiche gilt natürlich dann für den schweren Kamelreiter, Pferdehaltung hat man immerhin, das bringt ein bisschen Geschwindigkeit ein, das ist gerade für die Fassare im Late Game wichtig, wenn man bei denen die ethnischen Wirtschaftspunkte eben angreifen will, ansonsten kann man im Stall auch problemlos auf alles setzen, man hat hier alle Einheiten, diese sind nicht ganz so stark wie die Einheiten von den meisten anderen Völkern, aber man hat eben alle zur Verfügung und da kann man drauf setzen und der ganze Dreiter, da kommen wir natürlich separat nochmal zu, jetzt haben wir hier im Hafen alles, da bleiben wirklich gar keine Wünsche offen, man hat auch die Reichweitenupgrades in der Schmiede, man hat Ballistik, da fehlt es an nichts, auf dem Wasser kann man alles machen, was man möchte und die Feuertrieremen sind wie gesagt die Besten im Spiel, also da fehlt wirklich, da sind keine Wünsche offen und man kann in der Feuerdartzeit einen wunderbaren Feuergalierenrush spielen, der sich da sehr, sehr lohnt mit denen und man hat eben auch diese Technologie Schiffbauer, was ich sehr, sehr wichtig finde, das eben im Late Game sehr, sehr viel bringt, also dadurch sind die Schiffe eben 25%, äh, was ist, 45%, ne, 54%, prozent schneller produziert und kosten auch weniger Holz, also eine super Sache, das ist ein bisschen teuer, aber es lohnt sich auf jeden Fall, wenn man große Wasserschlachten hat und dann haben wir hier die, äh, die Kielhunde, Trockendock, das bringt auch noch ein bisschen, ähm, Geschwindigkeit und ja, super, hier kann man alles machen, auch die Elite Kriegsgaleone, was natürlich, wenn man, äh, die Küste von den anderen Spielen angreifen will, eine super Sache ist. Kommen wir hier zu den, ähm, Mönchen, die, äh, haben alle Technologien außer der Kräutermedizin und die Kräutermedizin gewinnt den Preis für die sinnlose, sinnlose Technologie im ganzen Spiel, also niemand braucht Kräutermedizin, es ist vollkommen egal, dass die es nicht haben, was Kräutermedizin macht, ist, dass wenn man Einheiten in Gebäude einquartiert, dass die dann schneller geheilt werden, wenn sie da drin sind, aber wer macht das schon, das ist vollkommen sinnlos, das braucht kein Mensch. Alle anderen Technologien haben sie, dadurch können sie super Moncrushes spielen, auch auf Arena, eine sehr, sehr gute Strategie, das werde ich auch in Zukunft nochmal vorstellen, ist ein bisschen schwieriger, nicht so für Anfänger gedacht, aber die Menschen lassen wirklich keine Menschen offen, sehr, sehr geil. In der Burg haben wir die Technologien griechisches Feuer und Logistik bereits angeschnitten, so Logistik komme ich, wenn ich den gepatzerten Reiter genau in Augenschein nehme und die haben wir halt auch, ähm, natürlich, die Wehrgänge, die nochmal mehr Lebenspunkte für die Burgen anbringen und sie dadurch eben zu den besten Burgen im Spiel macht, also was die Lebenspunkte angeht und leider fehlen die Pioniere, das ist aber wirklich eine sehr, 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 Ligen-Technologie, sag ich mal, und auf irgendwas draufhacken wollte, ansonsten ist das nicht irgendwas, was man vermissen würde. Also die Burgen ist auf jeden Fall auch eine Stärke der Byzantiner und zum gepatzerten Reiter komme ich gleich nochmal separat. Ja, jetzt haben wir hier natürlich alle Technologien, wir haben auch die Stadtpatrouille, Stadtwache gibt es umsonst, ähm, dann, äh, in der Waffenschmiede, ähm, fehlen nur der Schwere Skorpion und der Belagungs-Onager. Der Belagungs-Onager ist natürlich eine sehr, sehr gute Einheit und, ähm, das tut schon ein bisschen weh, aber man hat Belagungs-Ramme, was eine sehr, sehr gute Einheit ist und Belagungs-Kanone auch, einer meiner Lieblingseinheiten im Spiel. Ich habe gesagt, ich mag Schießbrüfe-Einheiten sehr, also ich finde, was die Waffenschmiede angeht, hat man auch nicht so viel, äh, was man vermissen kann. Der Belagungs-Onager hat, äh, hat natürlich jede, ähm, jedes Volk im Spiel, aber es ist auch so ziemlich die sinnlose Einheit im Spiel, also macht's auch kein Mensch. Ähm, dann hat man natürlich noch die, äh, Trimurke, wie es ja auch jedes Volk hat, also was Belagungs-Waffen angeht, ist eigentlich auch alles super. So, jetzt, äh, schauen wir nochmal hier rüber zur Wirtschaft, Technologien, was die Wirtschaft angeht, machen kann und, äh, dadurch können sie eben im Late-Game doch noch ein bisschen, ähm, Gegner überholen, die eben vielleicht im Early-Game dann, äh, bessere Boni hatten. Und außerdem, wie ich gesagt habe, wenn, ähm, die, äh, billigen Einheiten noch billiger sind, also die Trash-Einheiten noch 15% weniger kosten, spart man auf lange Sicht sowieso. Also wirtschaftlich sind die Bitter-Tier da auch nicht zu unterschätzen. Äh, wenn wir schon mal in der Gegend sind, schauen wir uns nochmal die Universität an, da fehlen, äh, wenn man sich den ganzen Technologien beim anguckt, die meisten Technologien, da fehlt der Baukran, ist nicht so schlimm, dass man den nicht hat, das ist wirklich auch, ähm, zu vernachlässigen. Was eher weh tut, ist, dass eben die Belangungsingenieure fehlen, das macht die Belangungswaffen noch ein bisschen schwächer, die haben nämlich damit, äh, plus ein Reichweite und machen 20% mehr, äh, Schaden gegen Gebäude, was sehr, sehr, sehr gut ist und auch dem Belangungskanon sehr helfen würde, aber haben sie leider nicht und dadurch sind auch die Onaga nicht wirklich, ähm, gut. Ähm, ist ein bisschen schade, aber natürlich brauchen die Bezintin auch Schwächen, also die Belangungswaffen sind okay, aber dadurch leider nicht ganz so stark. Glühendes Geschoss fehlt auch, was auf Wasserkarten ein bisschen wehtun kann, ist aber auch, äh, sehr Nischentechnologie, ist nicht so schlimm. Ähm, dann haben wir den Kanonenturm, was sehr, sehr cool ist. Alle Völker mit Kanonentürmen haben, ähm, im Elite-Game, wenn man Handel hat und es, ähm, das Gold über hat, das ist sehr, sehr cool, damit kann man, äh, Positionen sehr gut zementieren und da die, ähm, ähm, die byzintinischen Gebäude mehr Lebenspunkte haben, ist es natürlich auch immer eine gute Option. Äh, dann fehlen natürlich diese beiden Technologien, mit denen man die Lebenspunkte der Gebäude noch erhöhen kann, aber das braucht man natürlich nicht, da man das automatisch bekommt. Es wäre sehr, ähm, seltsam, wenn sie das hier auch noch hätten. Ähm, dann sind wir hier, ähm, wo waren wir? Hier an den Gebäuden, an den, ähm, ähm, defensiven Gebäuden sind wir noch vorbeigegangen, das, äh, handelt sich auch noch kurz ab. Da kann man ein bisschen Hauptdum alles entwickeln, da sind keine Menschen offen. Außerdem haben die natürlich auch wieder mehr Lebenspunkte und man hat, ähm, die Reichweiten-Upgrades vom, äh, von der Schmiede. Also wie ihr seht, die, die Technologiebaum der, äh, Byzantiner ist sehr, sehr, ähm, breit gefächert. Es fehlt an so gut wie nichts. Man kann alle möglichen Strategien mit ihnen spielen und daher empfehle ich sie auch immer für Anfänger. Jetzt schauen wir mal den gepanzerten Ritter, ähm, oder Reiter heißt der natürlich, ich sag die ganze Zeit Ritter, ähm, mal im Detail an, denn es ist eine sehr interessante Einheit, die auch nicht jeder, ähm, so genau versteht, beziehungsweise weiß, wie sie zu kontern ist. Ich hab hier, ähm, 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 Tool-Erweiterung für die HD-Version, die noch mehr Details zeigt, wenn man, äh, die Information für die Einheiten abruft. Das Ganze ist nur auf Englisch verfügbar, aber es ist als Übersicht sehr, sehr gut und da gehe ich jetzt auch nochmal kurz durch. Also, die Kosten für einen Katastrakt sind relativ hoch, 70 Nahrung und 75 Gold. Dadurch ist es eine der teuersten Einheiten, ähm, wird in, äh, 20 Sekunden, ähm, ausgebildet, beziehungsweise, wenn man, äh, äh, hier Wehrpflicht hat, dann, äh, geht das Ganze in 15 Sekunden und, äh, ja, das, äh, ist wirklich eine teure Einheiten, gerade wenn man sie komplett upgraden möchte, denn das Elite-Upgrade kostet 1600 Nahrung und 800 Gold. Ein sehr, sehr teures, äh, Upgrade. Dazu kommt, dass, ähm, Logistik, was auch für Katastrakte sehr, sehr gut ist, nochmal 1000 Nahrung und 600 Gold kostet. Dann kommen noch Upgrades wie Pferdehaltung, muss man die unbedingt haben, ist aber, ist aber zumindest nicht schlecht. Und dazu braucht man natürlich noch die Schuppenpanzerung, Ketten- und, äh, Plattenpanzer für Pferde und, äh, und Eisengießen und Schmiedekunst braucht man auch. Um einen gepanzerten Reiter komplett, äh, abzugraden. Und, ähm, insgesamt kostet das so viel wie, ähm, Elite, ähm, Kriegselefanten komplett aufzurüsten, was ja auch eine sehr, sehr teure Einheit ist. Und, ja, deshalb sind die gepanzerten Reiter eine sehr kostenintensive Einheit. Aber es lohnt sich, denn, ähm, sie hat sehr, sehr viele, ähm, gute Seiten, denn erstmal ist der Katapfrakt, oder der gepanzerte Elite-Reiter, an sich eine Kavallerie-Einheit. Aber ist gut gegen alles, was eigentlich gegen Kavallerie-traditionell gut wäre. Also, sie, ähm, haben eine Anti-Kavallerie-Panzerung sozusagen. Denn, äh, alle, äh, Einheiten, die traditionell gegen Kavallerie gut sind, haben sozusagen versteckte Boni, wie zum Beispiel Helle-Badiere. Äh, das kann man hier in den, äh, Tooltips auch nochmal genau nachsehen. Das steht dann hier, äh, daneben. Die bekommen nämlich ganze 32, äh, zusätzliche Angriffe, äh, Angriffspunkte gegen, äh, Kavallerie pro Schlag, was ihre Panzerung komplett ignoriert. Aber, die, ähm, Byzantiner haben eben mit ihren gepanzerten, ähm, Reitern hier eine Einheit, die, ähm, diesen Bonus, äh, ja, negiert. Denn, ähm, der normale Katapfrakt, der normale gepanzerte Reiter, hat, äh, plus 12 Anti-Kavallerie, ähm, gepanzerung. Und der gepanzerte Elite-Reiter hat ganze 16. Das heißt, ein, ähm, Helle-Badiere würde gegen einen, ähm, ähm, Paladin, 32 Bonusschaden verursacht pro Schlag, aber gegen einen gepanzerten Elite-Reiter nur 16. Dazu kommt, dass die gepanzerten Reiter auch noch, äh, Bonusschaden gegen Infanterie allgemein bekommen, nämlich 12. Mit Logistika sind es, äh, 18. Der gepanzerte, also der normale Reiter, bei dem sind es nur 9, beziehungsweise 15 dann mit, äh, Logistik. Und, ähm, ja, die, ähm, haben eben sehr viele, äh, Boni, die, also diese Boni machen es eben sehr schwer, ähm, sie zu kontern, beziehungsweise die Einheit an sich zu verstehen. Ähm, Dazu kommt noch, dass die Einheit an sich auch gute Werte hat. Das, äh, heißt, sie haben, äh, 14 Angriff insgesamt, wenn man sie komplett aufrüstet und jeweils 5 Panzerung für die Normalen und die, ähm, Durchschlagspanzerung, was sie gegen, ähm, das ist keine besonders herausragende Panzerung im Late Game, aber es ist gegen alles okay. Und dadurch ist, äh, gepanzerte Reiter eine sehr, sehr vielseitige Einheit. Hier haben wir mal ein paar voll aufgerüstete, gepanzerte Elite-Reiter. Wie ihr seht, 150 Lebenspunkte, dazu 14 Angriff und 5 Panzerung jeweils. Und hier habe ich, äh, die mal gegen eine ganze Horde von Anti-Kavallerie-Einheiten kämpfen lassen. Imperiale Kamele, Hillebadiere, Kamayuks, alles auf einmal. Und dazu haben die natürlich, wie gesagt, äh, alle Technologien entwickelt. Also diese Panzerreiter haben auch Logistik. Und das möchte ich in diesem Zusammenhang einmal erklären, was diese Technologie genau macht. Wenn man von Einheiten umringt ist, dann, äh, beziehungsweise wenn die, ähm, Panzer-Elite-Reiter gegen Einheiten kämpfen, dann verursachen sie pro Schlag auch noch plus 5, äh, einfach 5 Schaden allgemein gegen alle Einheiten, die neben ihnen stehen. Das heißt, wenn jetzt dieser, ähm, Elite-Reiter einmal von Einheiten komplett umringt ist und er eine Einheit vor sich angreift, dann macht er ganz normal den Schaden gegen die Einheit vor sich, aber auch pro Schlag 5, 5 Schaden gegen alle Einheiten, die neben ihm stehen. Das macht den gepanzerten Elite-Reiter als, äh, Gruppe eben noch gefährlicher, da er in großer Masse sehr viel Schaden an alle möglichen Einheiten verteilt. Das ist so ähnlich wie der Kriegselefant, der Perser, der eben auch diesen Trampel, gesonderten Trampelschaden verursacht, den er mit, äh, Logistik bei den, ähm, Katapfrakten, beziehungsweise Elite-Reitern hier bekommt. Das ist eben der große, große Vorteil an Logistik, aber eben auch eine sehr, sehr teure Technologie. Durch ihre Boni sind, äh, die Elite-Panzerritter nicht nur gegen, äh, allgemein alle Einheiten, die traditionell gegen, ähm, äh, Kammeri gut wären, sondern auch noch gegen alle Infanterieinheiten, mehr oder weniger, durch ihre Boni, die den Modestahl nehmen. Zum Beispiel die, ähm, Deutschritter der, der Teutonen essen sie zum Frühstück im Prinzip. Also alle möglichen Infanterieinheiten sind keine gute Idee gegen die, ähm, gegen die Elite-Kämpfer, äh, beziehungsweise die, ähm, gepanzerten Elite-Reiter der Byzantiner. Gerade wenn man Logistik hat und, äh, die in der Masse auftreten. Ähm, also sind die Byzantiner mit ihrer Spezialeinheit gegen sehr, sehr viele Einheiten gut. Und, äh, die Panzerung macht sie eben auch gegen, ähm, gegen Fernkampf okay. Allerdings eben nicht in der Masse. Also zum Beispiel eine, äh, eine große Masse von Aberles-Schützen kann gepanzerte Elite-Reiter auf jeden Fall besiegen. Auch das gleiche gilt auch für leichte Kanoniere, Janitschare oder allgemein, ähm, massenhaft, ähm, äh, Fernkampfeinheiten sind eben gegen die, ähm, gegen die Panzerreiter gut. Ähm, gegebenenfalls, dass die eben nicht zu nah kommen und nicht, ähm, denn wenn eine Masse von gepanzerten Elite-Reitern eben, ähm, im Nahkampf gegen solche, ähm, Fernkampfeinheiten gehen, dann gehen die ganz schnell drauf. Gerade wegen diesem Trampelschaden, den man dazu kriegt. Und, ähm, allgemein der Geschwindigkeit, da sie eben, ähm, Reiter sind. Jetzt, äh, stellt sich natürlich die Frage, wie, ähm, Konter, meine Einheit, die gegen alle Infanterieeinheiten gut ist, mehr oder weniger, die gegen, ähm, 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 traditionellen, Anti-Kammelrieeinheiten gut ist, und die, ähm, auch noch diesen Zusatzschaden gegen alle benachbarten Einheiten vorsacht. Ähm, das Ding ist, die, Age of Empires hat so gut wie jede Einheit einen sogenannten harten Konter, also eine Einheit, gegen die sie absolut keine Chance hat, und die sie, äh, immer dezimiert. Und das ist, gibt, eine solche Einheit gibt es für diese, für diesen, äh, äh, gepanzerten Hieterreiter nicht. Ähm, es gibt Einheiten, gegen die sie nicht gewinnen. Dazu zählen Paladiner zum Beispiel. Gegen Paladiner haben sie im 1 gegen 1 keine Chance. Allerdings, wenn es große Massen sind, dann kriegen die Paladiner schon einige Verluste und der, ähm, Ampizatina hat eigentlich immer Hellebardiere noch auf dem Schlachtfeld. Ähm, also wenn man den gepanzerten Reiter nicht komplett alleine lässt, dann hat man auch gegen die Paladiner mit denen eine Chance. Dann halt, wie ich gerade eben erwähnt habe, alle möglichen, ähm, ähm, Fernkampfeinheiten gegeben im Fall, dass man eben genug davon hat. Dann können auch noch, äh, schwere Skorpione funktionieren. Tun sie allerdings nicht immer, da auch die, ähm, gepanzerten Liedereiter eben sehr schnell die Distanz zwischen ihnen überwinden können. Und, ähm, ja, dadurch sind sie eben, ähm, allgemein ein wenig, äh, schwer zu kontern. Man muss auf mehrere Einheiten am besten setzen. Also Einheiten, die einfach generell hohen Angriff haben, haben gegen sie eine Chance. Also sowas wie eben die, ähm, Paladiner, natürlich sind auch Kriegselefanten sehr, sehr gut. Mit, ähm, Mameluken kann man es auch schaffen. Die, ähm, haben eben einfach generell einen hohen Angriff. Ähm, Mangudai, da sie eben auch weglaufen können. Ähm, also allgemein eher auf Fernkampf setzen oder auf Einheiten, die einfach allgemein größer so einen Angriff haben als die Elite-Reiter. Dazu wird, das wäre halt die, der erste, ähm, Einfall, die erste Einheit wäre eben dann der Paladin, aber eben auch, ähm, Langbogen schützen zum Beispiel eine sehr gute Idee. Also wenn ihr mit, ähm, Elite, ähm, Reitern zu tun habt, dann solltet ihr ja darauf vorbereitet sein, ähm, vielleicht eure Armee ein wenig mehr zu mixen und ihr müsst außerdem darauf eingestellt sein, dass der Byzantin natürlich auch sehr, sehr günstige Trash-Einheiten, ähm, ausbilden kann. Ähm, diese Stärke dieser Einheit wird dadurch ausbalanciert, dass sie eben so teuer ist und dass man so viel, ähm, Ressourcen baut, um sie überhaupt, ähm, 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 ja, schlagkräftig genug zu machen. Das heißt, ähm, das macht die Byzantin überhaupt nicht über, überpowered. Also wenn man auf diese Einheit setzen will, muss man absolut reich sein und lange Zeit, ähm, sparen sozusagen. Und dadurch, ähm, ist es okay, dass diese Einheit so stark ist. Jetzt schauen wir uns mal die Byzantin an den verschiedenen, ähm, Stadien des Spiels im Prinzip an. Hier sehen wir eine Übersicht, die, äh, von, ähm, Cision gemacht wurde. Das ist, ähm, einer der an den Erweiterungen für Age of Empires in der HD-Version verantwortlich war und der hat auf seiner Website eben diese, äh, äh, Grafik gemacht, was ich sehr, sehr cool finde und, äh, die benutze ich jetzt mal zur Referenz auf jeden Fall. Da teilt er im Prinzip, ähm, die Stadien des Spiels in, äh, Dunklet-Zeit, Volldat-Zeit, Ritter-Zeit, früher Imperial-Zeit, ohne Handel, ein und dann, äh, wird jede Zivilisation im Prinzip in eine der fünf Kategorien eingeteilt, wo, wobei die blaue, äh, Variante eben, ähm, äh, also blaue Kategorie, ähm, das Beste ist und, äh, die rote Kategorie das Schlechteste. Ähm, dann schauen wir uns mal an, wie die Byzantiner sich, äh, hier so schlagen. Byzantiner haben keinen Bonus in der, ähm, in der dunklen Zeit und sind daher da das schlechteste, ähm, 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 Volk, beziehungsweise sie gehören dazu in den schlechtesten Volk. Sie haben einfach, äh, nichts, was ihnen da hilft, außer, dass ihre Palisaden zehn Prozent, äh, mehr Lebenspunkte haben, aber das ist sehr zu vernachlässigen. Ähm, sie sind jetzt nicht, äh, per se so, dass sie da grauenhaft sind, aber alle anderen Völker, außer vielleicht noch die Sarazenen und Koreaner, haben eben irgendwelche Boni, die ihnen in der dunklen Zeit helfen, daher sind die Byzantiner da einfach allen anderen unterlegen. Ist aber jetzt nicht so schlimm, also ist nichts, was sie jetzt krass zurückhält, aber sie sind einfach nicht gut in dieser Zeit. Und, ähm, das Ganze, äh, gleicht sich aber wieder aus, denn in der Volkzeitzeit gehören sie mit zu den Besten, denn da bringt es, äh, bringt dieser Bonus, dass ihre Trash-Einheiten so günstig sind, ihnen enorm viel, denn, ähm, die typischen Strategien, gerade auf offenen Karten, sind da eben, ähm, der Scout Rush oder auch der Archer Flush und, ähm, die kann man eben mit den Byzantinern hervorragend und sehr günstig kontern, denn die Speerträger und die, ähm, Plankler sind sehr günstig. Man kann mit ihnen auf einen, ähm, Archer Flush selber gehen und aber mehr, ähm, Plankler zum Schutz reinmischen und auch ein paar, ähm, Speerträger. Man kann ihre Armee sehr, sehr einfach mischen und auch günstig halten, trotzdem. Dadurch sind sie in der Feudalzeitzeit wirklich sehr gut und eben auch sehr vielseitig, da sie auch alle Einheiten zur Verfügung haben. Ihnen fehlen ja leider die, äh, Zuglinien, dadurch sind ihre Scouts nicht ganz so krass, aber man kann mit ihnen auch problemlos einen Scout Rush spielen, das ist überhaupt kein Thema. Ähm, außerdem hat man hier, äh, das, äh, freie, ähm, Upgrade, dass man eben, äh, mehr, äh, mehr Sichtweite hat, also, äh, wie heißt es noch gleich, ähm, die Stadtwache bekommt man umsonst dadurch, äh, das kommt halt in der Feudalzeit dann umsonst. Also in der Feudalzeit sind die, äh, Byzantiner ein sehr, sehr gutes Volk, sie können alle möglichen Strategien spielen und natürlich auch einen Tower Rush, das habe ich noch nicht vorgestellt, aber, ähm, mit Türmen kann man mit ihnen natürlich auch hervorragend angreifen und, äh, ja, da fehlt es ihnen eigentlich an nichts. Dann, ähm, haben wir sowohl in der Ritter als auch in der frühen Imperialzeit jeweils das, äh, zweite, ähm, also die zweite Kategorie in der, in der Ritterzeit, ähm, fehlt ihnen an sich auch wieder nichts und diese, äh, günstigen, äh, Trash-Einheiten helfen ihnen natürlich da immer noch. das Problem, dass sie eben keine, ähm, Tuchlinien haben, äh, betrifft dann ihre Ritter vor allem und ihre Kamele, ähm, ist aber jetzt nicht so tragisch, da ihre Kamele ja auch günstiger sind, ihre Ritter sind trotzdem immer noch okay, sie haben ja alle anderen Upgrades, die es gibt, ähm, sie haben sehr gute, äh, Bogenschützen, da es alle Upgrades gibt, ähm, sehr, sehr starke Mönche, das ist, ähm, macht ihre, ähm, Mönche also auf, auf Arena zum Beispiel zu einer sehr guten, ähm, Option und, ähm, sie haben eben immer noch diesen Trash-Bonus, das heißt, in der, in der Ritterzeit kann man mit ihnen auch einiges machen, in der Ritterzeit sollte man aber noch nicht auf die Katafrakte setzen mit FD-Gepanzerten Reiter, denn die, ähm, sind erst so stark, wenn sie wirklich ihre ganzen Upgrades haben, das ist wirklich eine Einheit, auf die man, ähm, speziell hinarbeiten muss, ich würde in der Ritterzeit nicht empfehlen, auf gepanzerte Reiter zu setzen, außer ihr braucht einfach dringend Einheiten oder ihr wollt den Gegner so ein bisschen überraschen, denn ohne Upgrades sind die nicht so stark. In der, ähm, frühen Imperialzeit, ähm, ist es dann so, also die kommen in die Imperialzeit generell günstiger, das ist ja durch ihren, ähm, durch ihren Bonus eben, dass sie da günstiger hinkommen und die sind durch ihre, äh, 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 richtigen, ähm, Trash-Einheiten da wirklich ein, äh, sehr, sehr gutes Volk und haben eben auch, ähm, die, ähm, Schießpulvereinheiten relativ früh, da sie eben schnell in die Imperialzeit kommen können und, ähm, da sie so viele Technologien haben, ist es eben schwer für den Gegner einzuschätzen, auf was man geht. Man kann mit den, äh, mit den Byzantinern wirklich auf alle möglichen, ähm, Einheiten setzen und das macht sie eben gerade in der frühen Imperialzeit auch noch ein bisschen unberechenbar. Normalerweise, ähm, macht man mit dem weiter, was man in der Ritterzeit gemacht hat, wenn man in der frühen Imperialzeit ist, aber danach gehören die Byzantiner auch, äh, nach, ähm, der Einschätzung von Cision zu einer der besten Zivilisationen überhaupt in der Imperialzeit, wenn man Gold zur Verfügung hat, denn sie haben alle möglichen Technologien, man weiß, man kann auf alles gehen, man kann auf alles reagieren, man kann Kanonentürme bauen, man kann die gefürchteten, ähm, gepanzerten Reiter machen, wenn man die Ressourcen denn dafür hat, man kann auf Schießpulver setzen, man kann alles mit Trash voll spammen die ganze Zeit, man hat alle möglichen Technologien in der Schmiede, die, ähm, entfehlt wirklich an nichts, man kann aber Lesben, man kann, ähm, Elitekämpfer, Paladine, alles da eintrauben und das Ganze gilt natürlich auch für das, äh, für die, ähm, Post-Imperiale Zeit, also da, wo, ähm, im Prinzip alle ihre Wirtschaft schon komplett aufgebaut haben und wenn man kein Gold zur Verfügung hat, also es keinen, ähm, effektiven Handel gibt, sind sie immer noch sehr, sehr gut, denn sie haben ja diese, äh, günstigen Konter-Einheiten, die günstigen Plänkler und günstigen Hillebardiere und können damit, ähm, ihre Gegner auch wirtschaftlich unter Druck setzen, im Prinzip, da sie ihre eigenen Verluste eben günstiger sind. Das heißt, äh, wenn man dieses Stadium erreicht und es keinen Handel gibt, sind sie absolut top immer noch, da man, dass einem eben nicht so wehtut. Wenn es aber, ähm, Handel gibt, äh, gibt es eben stärkere Zivilisationen als sie, also sie werden da von anderen, äh, überholt, die halt in so einem ganz Late-Game ein bisschen stärker sind, weil sie halt nicht diese, ähm, super krasse Einheit haben, also man kann auf die Kataphrakte, also die gepanzerten Retter natürlich setzen, aber, ähm, sie verlieren dann zum Beispiel, wenn viel Handel da ist, sind auf jeden Fall Paladine unterwegs. Aber, ja, es ist, ähm, ähm, ihnen fehlt halt diese, sie sind in allem gut, aber in nichts richtig exzellent, also sie haben nicht diese eine Einheit, mit der sie alles fertig machen können, auch wenn der gepanzerte Retter natürlich eine gute Einheit ist, aber der gepanzerte Retter ist kein Paladin. Das war mein Handy übrigens, aber ich lasse das Vololo mal drin, weil ich gerade die Aufnahme laufen lassen möchte. Ähm, ja, also im postimperialen Zeitalter immer noch eine gute Zivilisation, gerade im Late-Game sind die Byzantiner also eine Macht, mit der man zu rechnen hat. Kommen wir jetzt zur Armee-Zusammenstellung. Wie ihr sicher mittlerweile verstanden haben werdet, die Byzantiner haben eigentlich alle Karten, sie können alles machen, auf alle Einheiten setzen im Prinzip. Daher gibt es jetzt auch nicht die eine Formel, mit der man, ähm, mit den Byzantinern, ähm, vorgehen kann, beziehungsweise vorgehen sollte. Sie haben, ähm, alle möglichen Optionen, man kann auf alles mögliche setzen und die Armee, ähm, nach Belieben im Prinzip aufbauen. Aber was jetzt, äh, Late-Game-Armeen im Prinzip, ähm, immer allgemein so, äh, als Gemeinsamkeit haben, man sollte im Prinzip auf eine, ähm, oder mehrere Einheiten setzen, die mit dem Volk speziell gut sind und, ähm, die dann unterstützen mit Einheiten, die ihre Schwächen abdecken. Und eine Einheit, ähm, die eben in Frage käme, wäre zum Beispiel der gepanzerte Reiter. Und wenn man um den gepanzerten Reitersinn-Armee herumbauen will, wäre es sehr, sehr, ähm, wünschenswert, wenn man da ein paar, ähm, Plänkler und, äh, Helibardiere drin hat, um ihre Schwächen abzudenken. Denn mit dem, äh, Helibardieren kann man gegen die Paladine und, ähm, eventuell dann auch gegen, ähm, Elefanten zum Beispiel vorgehen und mit, ähm, den Plänkler dann gegen, also so Sachen wie Abarlästen und, ähm, auch zur Not dann, ähm, Handkanon, äh, leichte Kanoniere oder sonst was. Ähm, was aber auch nur eine gute Option ist, wenn man eben Schießpulvereinheiten als, ähm, ja, Hauptteil der Armee haben will, dann kann man eben auch auf leichte Kanoniere und, äh, Belagungskanonen setzen, das Ganze dann mit, äh, auch wieder Helibardieren unterstützen, dann Trash-Einheiten da reinschmeißt, aber auch Hussare kann man dann dazu mischen. Ähm, das wäre auch eine weitere Armeekomposition, die sich lohnt. Wenn man auf die Kataprakte setzt, äh, wären zum Beispiel, sind auch Belagungskanonen eine gute Idee und auch Belagungsramm. Natürlich kann man aber auch, weil man die Bogen ja eh schon hat, dann auch auf, ähm, auf, äh, Tribrukel setzen. Ähm, also das wären jetzt zum Beispiel zwei Armeekompositionen, die man mit den, äh, mit den Byzantinern im Lategame machen kann. Also einmal Kataprakte mit, äh, Plänklern, Helibardieren und Belagungswaffen. Zum anderen dann eben, ähm, leichte Kanoniere, hab ich jetzt gesagt, äh, äh, Belagungskanonen dazu natürlich noch, ähm, wieder Helibardiere, ähm, Hussare und eventuell, je nachdem, auf was der Gegner setzt, könnte man dann auch noch wieder Elite, ähm, Plänkler reinmischen. Und wenn der Gegner eine starke, ähm, ähm, Kamelrezivilisation spielt, dann kann man auch noch auf die Kamele setzen, die ja sehr, sehr günstig sind. Aber allgemein, ähm, natürlich wieder Helibardiere. Wie ihr jetzt gerade im Bild sehen solltet, kann man natürlich immer noch auf, im Lategame auf Kanonentürme setzen, äh, gesetzt den Fall, dass man Handel hat und sich zwischendurch wieder ein bisschen Steine kaufen kann, ähm, dann ist das auch eine gute Option, um die Front so ein bisschen zu zementieren. Also das wären jetzt ein paar, ähm, Armee-Kompositionen, die man mit ihnen machen kann. Mit anderen Völkern ist es ein bisschen, ähm, ja, äh, eindimensionaler, aber das ist eben ein Vorteil der Biocentilme. Die kann man viele Armee-Kompositionen ausprobieren. Allgemein, wenn ihr eine Armee für den Lategame zusammenstellt, achtet darauf, was ihr für Einheiten der Gegner macht, achtet darauf, was für Einheiten ihrer Verbündeten macht, damit ihr euch eben gegenseitig ergänzen könnt und achtet darauf, dass die Schwächen eurer Einheiten, oder die Schwäche eurer, ähm, Kerneinheit, auf die ihr setzen wollt, eure stärksten Einheiten, gut abgedeckt sind. Das wäre es im Prinzip schon mit diesem Video. Ähm, die Byzantiner sind, ähm, wie gesagt, ein Volk, das, äh, für Anfänger gut geeignet ist, da sie eben so viele Optionen haben. Daher wollte ich das auch als erstes abdecken. Und allgemein ihre Stärken sind, dass sie eben diese vielen Optionen haben, dass die Technologiebaum so weit, ähm, ähm, gefächert ist, dass sie, ähm, günstige Trash-Einheiten haben und, ähm, eben, äh, auch in die Realzeit früher kommen. Die Schwächen sind, dass sie eben nicht diese eine Super-Einheit haben, also nicht so, was wie ein Paladin, äh, ein starker Paladin eben. Sie haben einen Paladin, aber der Paladin ist nicht wegen diesen, äh, zwei fehlenden Angriffen von 20 Lebenspunkten, halt nichts, gehören da nicht zu den Besten. Also, ähm, sie sind in allem gut, aber in nichts, äh, so besonders stark wie mehr spezialisierte Völker. Aber das macht allgemein nichts. Es ist ein sehr, sehr gutes Volk, gerade im Late-Game. Sehr, sehr stark. Und, ähm, wird, wie gesagt, für mich ein, äh, sehr gutes Volk für Anfänger und kann ich nur jedem empfehlen. Wenn ich sie, äh, Zufallsvolk bekomme, freue ich mich immer darüber. Äh, ähm, äh, ich finde auch, dass der, äh, gepanzerte Reiter, einer der am kurzen Aussehen, einer der ganzen Spiele. Es wird nur vom, ähm, imperialen, äh, Kamel im Prinzip, ähm, übertroffen, wie ich finde, was das Design angeht. Also, sagt mir mal, was ihr von, äh, dem Format haltet, also wie ich das hier jetzt, ähm, geordnet habe oder wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, dann natürlich immer her damit. Und ich hoffe, das hat euch geholfen. Und natürlich wünsche ich euch beim Spielen sehr viel Erfolg und sehr viel Spaß und haut rein mit den Kataprakten und gepanzerten Reitern, wie auch immer man sie nennen möchte. Und ich hoffe,